scheiße ist er steil hier und sowas als flachländer kennst du nicht oktober im harz bombenwetter wo geht's lang ich sag mal wie in orten im harz eine kleine runde haben wir jetzt so ein wetter so 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 Das war's für heute. Ja, du hast auch einen weg. Weiter. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist hier so super. Parkplatz. Was ist hier denn passiert? Das ist der Okerstausee im Harz. Da ist ja kein Wasser mehr drin. Wahnsinn. Trocken, ich werde verrückt. Das ist ja Wahnsinn, was da an Wasser fehlt. Das war's für heute. 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 Das ist ja, das ist ja. Das war's für heute.